22.12.2023, wir befinden uns im zweiten Jahr und davon Tag 302 des Ukraine-Krieges. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Bei Novo Michael Liefka sagte ich gestern, dass ich mich melden werde, wenn der Status der Lagerhallen an der gelben Stecknadel geklärt wäre. Diese sind nun wieder unter ukrainischer Kontrolle, was ein Flankieren des Friedhofs an der grünen Stecknadel ermöglicht, was nicht unbedingt schwer sein sollte und somit auch kein Problem für die Ukrainer darstellt. Problematisch ist dafür aber eher, dass die Russen bis zur zweiten Zufahrtsstraße in die Ortschaft vorrücken konnten und somit jegliche Versorgung aus dem Süden abschneiden. Dadurch sind nur noch die Straßen im Norden und im Westen befahrbar und dabei sind es auch die einzigen Wege, die für eine stetige Versorgung in Frage kommen. Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe meldete den Abschuss von drei russischen Su-34 Jagdbombern zwischen Chersen und Odessa. Warum ist das jetzt interessant? Naja, zum einen ist das eine beachtliche Leistung, 36 Millionen US-Dollar vom Himmel zu holen und zum anderen bestätigt dies meine Vermutung, dass die Ukrainer in diesem Gebiet ihre Flugabwehr massiv aufgerüstet haben. Vor allem im Gebiet der Brückenköpfe sagte ich ja schon öfter im Lagebericht, dass genau dort gezielt die Luftabwehr an die Front verlegt werden würde, um den russischen Bombern etwas entgegenzusetzen. Vor allem seitdem sie die Gleitbombe FAB 500 nutzen. Wenn es um die Luftüberlegenheit geht, dann besitzen die Russen diese an der gesamten Front. Wenn es aber um Luftverteidigung geht, dann sind die Ukrainer im Bereich Chersen die dominantere Partei. Wenn wir uns das mal auf der großen Karte ansehen, dann sehen wir hier vor allem im Westen des Schwarzen Meeres, dass die Ukrainer immer mehr Luftverteidigung ausbauen, um auch ihren letzten Hafen schützen zu können. Ebenfalls griffen sie ja hier viele Teile der Schwarzenmeerflotte an, versenken ja auch ihr Flaggschiff, die Moskwa, und sie zerstörten massiv die Luftverteidigung am westlichen Teil der Krim. Ebenso zerstörten sie viele Radaranlagen, was es ja natürlich auch möglich machte, dass die Russen hier einfach nicht mehr die Aufklärung besitzen, die sie einst einmal hatten. Und gleichzeitig schwindet ja auch ihre Dominanz in dem Gebiet, da sich ja große Teile der Schwarzenmeerflotte zurückziehen mussten. Allgemein kann man dazu sagen, dass sie sich so langsam, aber sicher, die Kontrolle über den westlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückholen. Bei Bachmut schauen wir erst einmal an die Südflanke. Bei Klichivka konnten die Russen bereits die Zufahrt in den Ort abschneiden und das Gebiet halten, da die Ukrainer es bisher nicht zurückerobern konnten. Zeitgleich eroberten sie auch Stellungen an der Eisenbahnlinie zurück, was ihnen ein direktes Feuer auf den Ortsrand ermöglicht und mehr Druck auf die Ukrainer ausübt. Diese Gräben wechselten somit zum siebten Mal dem Besitzer, seitdem die gegenseitigen Angriffe laufen. Die Ukrainer müssen vor allem an den Anhöhen zu Klichivka die Initiative ergreifen, da sie sonst die Ortschaft verlieren könnten, wenn die Russen diese weiterhin dominieren. Außerdem hätten sie so wieder eine gute Versorgungsgrundlage geschaffen, da sie den Versorgungsweg zu Iwanivsk wieder kontrollieren würden. Im Westen der Stadt greifen sie ebenfalls auf dem mittleren der drei Angriffsrichtungen an. Ihr Vorstoß in Richtung Chersivjar und somit auch nach Kalinina beträgt zwar nur wenige hundert Meter, doch für die Ukrainer bedeutet jeder weitere Meterverlust auch wieder das mühsame Erkämpfen desselben Meters, wenn sie wieder in die Offensive gehen wollen. Gestern sagte ich ja, dass die Russen ihre geplanten Mobilisierungsziele verdoppeln und nun 350.000 zusätzliche Soldaten ausbilden und einsetzen wollen. Wie ich gestern ebenfalls sagte, wollen die Ukrainer ebenfalls Zivilisten einziehen und zu Soldaten ausbilden und dabei nannte ich gestern noch keine Zahlen. Heute wissen wir, dass es sich auf ukrainischer Seite um ungefähr eine halbe Million neue Rekruten handeln soll, welche sie nun einziehen wollen. Sprich 500.000 neue Soldaten zusätzlich zu den bestehenden Truppen. Die Ukrainer haben keine Probleme damit, eine halbe Million aus der eigenen Bevölkerung einzuziehen, da sie noch genug Menschen im Land haben. Die Rechnung dafür habe ich bereits einmal in einem Video vorgeführt, welches Sie gerne einmal ansehen können, wenn Sie nicht wissen, weshalb das so ist. Dennoch gehen die freiwilligen Meldungen in der Ukraine zurück und nur mit Freiwilligen lassen sich keine 500.000 Zivilisten einberufen. Und wenn man diese einberufen würde, dann würden diese wieder an einer anderen Stelle fehlen. Aus diesem Grund appelliert die ukrainische Regierung an die im Ausland lebenden Ukrainer, dass sie zurückkommen und ihr Land verteidigen sollen. Dabei werden vor allem die knapp 650.000 Männer im wehrpflichtigen Alter von 18 bis 64 Jahren angesprochen, welche sich unter den knapp 6 Millionen Geflüchteten in der EU befinden sollen. Ein Drittel davon in Deutschland. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Regierung ihnen nicht einfach ein Einberufungsbescheid zukommen lassen kann, sondern höchstens eine Bitte aussprechen darf. Die EU darf ebenso keine Ukrainer ausweisen oder ausliefern, wenn diese einberufen werden. Ich persönlich sehe da keine allzu große Hoffnung, dass wirklich viele zurückkommen werden. Ein kleiner Bruchteil wird das bestimmt, aber nicht so viele, dass man den Anforderungen gerecht wird. Schließlich sind diese Menschen vom Krieg geflohen und wollen nicht unbedingt dorthin zurück. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht.